In der weiten Welt des Internets gibt es so ziemlich alles zu kaufen. Vor allem Kleidung landet bei vielen Shopping-Begeisterten im Barenkorb und wird bequem nach Hause bestellt, gerne auch in unterschiedlichen Größen, schließlich soll das Teil auch perfekt sitzen. Doch hohe Versandkosten für eventuelle Rätoren schrecken viele Käufer vor einer Bestellung ab. Ab jetzt müssen sich Shopping-Klins aber keine Gedanken mehr darum machen, denn PayPal erstatte die anfallenden Rücksendekosten, so geht's.